3, 2, 1 Der Countdown war abgelaufen und damit der Startschuss gefallen. Die Kölner Jecken starteten auf dem Heumarkt am Montag, Punkt 11.11 Uhr, in ihre fünfte Jahreszeit. Die Karnevalisten feierten wie gewohnt die Gunst der Stunde und natürlich sich selbst. Das ist einfach der schönste Tag im ganzen Jahr. Ich bin ja nicht sicher, 42. oder 43. Mal hier. Weil das ist halt der richtige Karneval, den man feiert und es ist einfach schön mit den Jecken hier an den Seiten. Sehr schön. Es ist hart, die Zeit nach Aschermittwoch zu erleben und wir sind sehr froh, dass sie jetzt endlich vorbei ist. Aber man muss ein bisschen bekloppt sein, das ist einfach so. In Köln, dieser Hochburke des rheinischen Frohsillens, war die Stimmung offenbar schon auf einem ziemlichen Höhepunkt. In den kommenden Monaten werden die Karnevalsfans im ganzen Land mit zahlreichen Sitzungen ihre fünfte Jahreszeit feiern. Startschuss für den Straßenkarneval ist dann wie immer Weiberfastnacht, diesmal am 20.02.2020. Wirimar b hidden twματα kling bi die die investiggs die 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 Untertitelung des ZDF, 2020